Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 7 und ich bin etwas weiter nach unten gegangen und öffnen die geheimnisvolle Kapsel und bekomme wieder eine Abwehrkapsel und zur Begrüßung des Parts. Ein weiterer Kampf. Das nimmt kein Ende. Wie wär's denn mal mit Alfred? Ich hoffe, dass er jetzt nicht Feuer-immun ist oder Feuer absorbiert, sodass er das selber aufnimmt. Aber da das unser erster Angriff auf ihn ist, ist das nicht so schlimm dann, weil dann habe ich jetzt nicht vorher ihm schon was ins Ruhm. Mühe, auch nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Also ich weiß, dass Blitz gar nicht hinhaut, also mache ich nochmal Shiva. Der Auf geht's. Das war's für heute. Ja, wie kriege ich den denn jetzt mal klein? Das nervt mich hier. Ich habe aber auch schon mal einen Ritter der Runde. Das mache ich jetzt nicht. Ach, das hat schon gereicht. Sehr gut. Wollte gerade sagen. Unsere MP geht aber echt langsam den Bach runter. Ich habe hier auch gerade irgendwas Tolles wieder erhalten für die Materie. Aber egal. Ich laufe hier unten mal lang. Wo komme ich jetzt raus? Ach, bei einer Kiste, wo ich eh noch nicht war. Heldentragung. Das ist bestimmt auch irgendwas Gutes, ne? Ja. Wer sind die denn? Wer sind die? Hm. Und auf jeden Fall können die nicht viel ab. Das finde ich schon mal gut. Ist auch mal ganz nett, wieder... ...löchen zu begegnen, die man schnell besiegen kann. So, ich... Warte mal, also... Ich kann springen. Das ist gut. Vielleicht sollte ich das tun, weil ich war ja hier noch gar nicht überall. Nee, ich... Und ich will hoch. Wie komme ich denn hoch? Das ist ja doof. Nee, dann muss ich ja hier lang. Ey, das macht einen... Das regt einen schon ein bisschen auf. Dass man so gerade gut unterwegs ist. Und er schon wieder... Blitz bringt nichts. Deswegen greife ich ihn so mal an. Und macht Komet. Und Eis 3. Das war klar. Jetzt geht... Jetzt geht doch Klaus wieder drauf. Der Doofe. Nee, er geht nicht drauf. Na, Mensch. Ich hoffe ja auch, dass wir bald mal... Ach, ähm... Dass wir bald unsere... Ja, kannst du mal aufhören, mich die ganze Zeit anzugreifen, du Arsch? Ich bin auch mal dran. Ähm... Unsere Limit-Techniken sich auch wieder erweitern. Das wäre schön. Das wäre sehr gut. Ich würde sie nämlich gerne vor Spielende noch alle erreichen. Also, dass wir ja auch die letzten Limits bekommen. Hier kann ich nicht lang. Dann gehe ich wieder in die Höhle. Ich werde jetzt aber mal hier wieder gucken, wie ich mich ein bisschen heilen kann. Mache ich mal so. Mache ich mal so. Die gehen mir auch langsam zur Neige. Oh, das geht noch. Ist in Ordnung. Ich muss hier lang. Auch wenn ich jetzt 100.000 Kämpfe noch machen muss. Schnell, 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 schnell. Hier in die Höhle. Hoch. Das war ein falscher Weg. Scheiße. Hier lang. Oh, ohne... Fast ohne Kampf. Schade. Passt. Einer aber in der ganzen Höhle. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommen Tausende. Ja, nicht Tausende. Ihr wisst schon, was ich... Einer nach dem anderen halt. Was war das denn jetzt? Wieso ist sie denn jetzt tot? Ey, wie fies. Wie gemein. Das geht ja wohl gar nicht. Kreuzschere. Ah, mit Tifa. Naja. Wie oft soll ich die denn noch wieder beleben, hier die Leute? Das nervt. Ich habe sie gerade erst vollständig geheilt gehabt. Das pisst mich an, sowas. Und ich wollte hier nicht rein. Ich wollte hier lang. Ja, danke. Ja, ist gut. Ist gut. Ich bin auch mal dran. Nicht nur immer ihr. Und wieder schön auf ihn, weil er ja gerade gezaubert hat. Ich möchte, dass das hier jetzt schneller geht. Ich bin ungeduldig. Ich möchte natürlich alle Kisten in der Höhle haben, aber ich möchte auch weiterkommen. Und jetzt nicht hier 500 Parts rumdödeln in der Höhle. Wo stehen wir denn eigentlich gerade mit Cloud? Und ich möchte hier. Ach, der wird doch jetzt bald hier Stufe 4 haben. Das sieht doch ganz gut aus. Mit unserer Limit. Das wird schon, wird schon. Der wird auch als erster die bekommen. Das sehe ich schon. Gemütskapsel. Die hatten wir auch noch nicht. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Auf jeden Fall. Das kriege ich nicht hin. Das bringt mir alles nichts. Ich werde ihn wieder so angreifen. Und Eis 3 machen. Und Feuer 3 mache ich auch einfach mal. Aber bitte mach nicht immer Ultima. Das ist voll gemein. Du dober Drache. Lass mich doch mal. Ich bin sowas von gar nicht geschützt gerade. Nein, 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 nein. Nein. Nein, ich will nicht alles nochmal machen. Oh Gott sei Dank. Oh, hätte er jetzt einmal noch irgendwas gemacht. Ich wäre so drauf gewesen. Ich will speichern. Ich will gerade irgendwie speichern. Aber muss ich glaube ich gar nicht. Es ist einfach nur... Und meine Phönix-Federn gehen mir auch langsam. Alle. Mann, das ist doof. Do wie doof. Sie hat ja auch kaum mehr eigentlich. Eigentlich brauchen die auch Äther unbedingt. Sonst komme ich hier langsam auch nicht mehr zu Rande. Oh, das war ein Turbo-Äther. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann kann Red uns wenigstens nochmal vielleicht... Ach, der hat ja gar keine Heilungen drin. Vergesse ich immer. Naja. Dann geh mal da rein. Und dann hier lang. So. Hopps, hopps, hopps. Haben wir es dann endlich mal? Ich glaube schon. Endlich. Raus aus der Höhle. Können die mal aufhören, mich hier anzugreifen, obwohl meine Leute da schon stehen? Das ist voll unfair. Nee, und meine Limit lasse ich jetzt mal. Ich gehe jetzt auf den letzten Drücker. Das muss auch nicht mehr sein. Das muss auch nicht mehr sein. Wie es mich nervt, wenn die immer die ganze Zeit einer nach dem anderen dran sind. Man selber gar nichts machen kann. Das finde ich richtig doof. Na endlich. Jetzt endlich der Letzte, bitte. Nicht du. Danke. Danke, Red. Komm, jetzt wollen wir da aber auch hin zu den anderen. Wir waren lange genug in dieser blöden Höhle. Wo muss ich lang? Hier lang. Sehr gut. Und noch, wer kommt da runter? Die Materie hatte ich, ne? Ja, die hatte ich. Ich habe gerade gedacht, ich hätte die oben vergessen. Die Straße gabelt sich. Wir teilen uns in zwei Gruppen auf. Welchen Weg willst du? Cloud. Den linken oder den rechten? Äh, wir nehmen jetzt einfach mal den linken. Okay, dann gehe ich. Ähm, dann gehst du. Ja, wo gehst du lang? Dann gehst du nach rechts. Sie geht mit Cloud nach links, würde ich sagen. Oder? Ja, sie geht mit nach links. Red geht nach rechts. Yuffie geht auch nach rechts. Ja. Und, ähm, Kate Sith geht nach... Ich will aber... Was ist mit Vincent? Dann geht er nach links. Er soll auch nach links. Und Sid geht nach rechts. So hätte ich es jetzt zumindest gemacht. Genau, ich wollte nämlich Vincent mal wieder bei uns haben. Finde ich. Ganz gut. Ja. Und? Und dass mir jetzt keiner von euch stirbt. Wir müssen zu Sephiroth gelangen. Ich werde diesen Sephiroth vernichten, bevor ihn ein anderer erreicht. Ah, tschüss, Sid. Ich fühle mich wie Materia-Jägerin Yuffie. Letztes Kapitel. Materia in alle Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt gut aufgeteilt habe. Ist jetzt auch nicht so schlimm, glaube ich. Alles Leben auf diesem Planeten. Ja, sogar das Leben des Planeten selbst liegt in unserer Hand. Ich bin so froh, euch alle kennengelernt zu haben. Wirklich. Schnief. Na? Sieht ganz so aus, als wäre das unsere letzte große Aufgabe. Eigentlich hätte Barrett auch bei uns bleiben können. So. Der war ja auch am Anfang dabei. Aber egal. Und das war's dann. Und die bleiben jetzt bei mir. Gut. Dann gehen wir jetzt nach links. Noch eine Gabelung. Wohin sollen wir? Ähm. Nach oben? Keine Ahnung. Nach unten? Was ist denn oben? Ach so. Dann geht sie auch noch um. Okay, Sid geht nach unten. Und wenn das so ist, gehe ich Vincent nach... Sagen wir mal unten? Ja, geht er auch nach unten. Los, kommt. Okay. Die beiden teilen sich also auch nochmal auf. Keine Sorge, wir sitzen alle im selben Boot. Ja, okay. Dann bin ich mit Tifa eben allein. Wartet. Sehr viel Rot. Ach, das schaffen wir schon, Cloud. Wie viel an die Dings da? Kiste und so. Ich mit meinen Kisten immer. Da geht's lang. Ah. Eine Zauberkapsel. Wie immer. Ach, sieh mit ihrer Traurigkeit auf. Wie oft habe ich die jetzt schon weggemacht? Langsam geht mir das Zeug hier aus. Aha. Und so richtig gut geheilt sind die auch nicht mehr, ne? Aber naja, ist halt so. Es ist wie es ist. So super stark können, dürfen die Gegner jetzt eigentlich gar nicht mehr sein, wenn ich mit denen alleine bin. Du machst jetzt hier mal deine Materie... äh, mal dein Limit, meine ich. Egal was es ist, jetzt geht's weg. Oh, das hat nicht funktioniert. Das ist ja doof. Zauberkessel, gib mir Elixier. Sollen wir ihm Elixier geben? Okay. Einfach mal ausprobieren. Ja, wir haben dir jetzt Elixier gegeben. Was willst du? Ah, okay. Du kriegst kein Elixier. Wie gemein. Hm. Ich will dem das gar nicht geben. Das ist unser Elixier. Meins, meins, meins. Können wir ihm was rauben? Ach ne, das kann ich ja hier gerade gar nicht. Das kann ich ja nur mit Red gerade. Leider. Obwohl ich mit Jofi auch noch kämpfe. Und das ist eigentlich Jofis Materie. Und da ich gerade nicht speichern kann... Oh, das war gut. Empetoro ist hochgegangen. Ähm. Ja, ich würde gerne... Unser kleinen Jofi natürlich ihre... Oh. Ihre Materie wiedergeben. Die auch ihr gehört. Das steht ihr ja eigentlich zu. Und ein Heilmittel habe ich auch bekommen. Ja, liebe Leute, bevor das jetzt hier zu lange dauert. Den einen Kampf noch und damit hat es sich dann auch schon wieder. Was sind das denn für Dinger? Wenigstens ist einer schon mal weg. Was auch immer das sind. Ja, danke. Wieso so kleine rote Flummis oder sowas? Ein kleiner roter Flummi, den wir besiegt haben. Yeah, wir haben Flummis besiegt. Final Fantasy 7. Besiege den Flummi. Wuhu. Wuhu. So. Im nächsten Part gehe ich dann hier weiter und würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Äh, ja. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.